Kapitel 8 Abend, ein kleines, reinliches Zimmer. Es war bereits später Abend, als Faust und Mephisto die Straßen entlang schlenderten, in Richtung des Hauses, in dem die schöne Unbekannte wohnte. Laut Mephisto hieß sie Margret. Sie würde von allen aber Gretchen genannt werden. Auf den Straßen trieb sich bereits niemand mehr herum, außer ein paar Ratten und Tauben vielleicht. Die meisten Leute mussten ja am nächsten Tag arbeiten. Die beiden bogen rechts um die Ecke ab. Plötzlich blieb Mephisto stehen, drehte sich in einem 90-Grad-Winkel erneut nach rechts. Faust schaute misstrauisch nach oben. Da oben wohnt die Kleine, im zweiten Stock. Oh, das wird ganz leicht. Sicher? Hundertprozentig, Schätzchen. Nach einer wahnwitzigen Klettertour, über eine Efeuranke, vier Dächer, einen Schornstein, zwei weiteren Dächern und einer Flagge, die an einer Wand befestigt war, hingen Faust und Mephisto endlich am Fenstersims Margreths. Die beiden spionierten hinein. Dort drin sahen sie Margret ihr Bett herrichten. Dann schaute sie auf und ging aus dem Zimmer. Wahrscheinlich hatte ihre Mutter sie gerufen. Das ist unsere Chance, flüsterte Mephisto. It's Showtime! Er zog das glücklicherweise bereits leicht geöffnete Fenster nach oben und kletterte in das Zimmer. Faust machte sie ihm nach. Als die beiden drinnen standen, ergriff Mephisto das Wort. Ich geh vor die Tür und steh schmiere. Tu, was auch immer du tun musst. Damit verschwand er hinter der Zimmertür. Faust sah sich im Zimmer um. Er erblickte einen großen Schrank, einen kleinen Schreibtisch, einen Sessel, nicht aus Wildleder, aber trotzdem recht komfortabel wirkend, und ein Bett, über dem ein halbdurchsichtiger Schleier angebracht war. Es sah damit fast wie ein Himmelbett aus, und unverkennbar dominierte es den Raum. Die Wände waren zartrosa gestrichen und hatten ein interessantes Muster zu bieten. Es sah aus wie eine Rose, die über die ganze Wand kletterte. Er ging zum riesigen Bett und hob die Decke ein wenig an. Die Matratze knirschte, als sich Faust auf sie setzte. Er sah sich und Margret durch die Tür kommen, hinter der Mephisto gerade Wache stand. Die beiden gingen Arm in Arm in das Zimmer und setzten sich auf das Bett, auf dem Faust gerade eben Platz genommen hatte. Dann begannen sie, sich zu küssen. Und während sie damit fortfuhren, legten sie sich beide längs auf das Bett und... Die Zimmertür klatschte auf. Faust machte schon Anstalten, über das Bett zu hechten. Da sah er aber, dass es nur Mephisto war, der da durch die Tür gerannt kam. Im Arm trug er eine Schüssel. Ich hab den Eintopf in der Küche gefunden. Er stopfte sich einen Löffel in den Mund. Ach ja, ich würde mich übrigens beeilen. Gretchen schließt gerade die Haustür auf. Faust überkam die blanke Panik. Mach dir keinen Stress, Heinrich. Ich hab bereits damit gerechnet, dass du unsere wertvolle Zeit mit Träumereien verschwenden würdest. Also hab ich was vorbereitet. Mephisto stellte die Schüssel mit dem Eintopf auf den kleinen Schreibtisch und zupfte ein kleines Kästchen aus Ebenholz aus der Tasche seines Anzugs. Hier drin sind ein paar Sächelchen, die jedes weibliche Wesen, egal welche Spezies, total dahinschmelzen lassen. Vertrau mir! Er lächelte. Dann schritt er zum großen Schrank, dem zweitgrößten Möbelstück im Zimmer, und stellte es da hinein. Anschließend packte er Faust am Arm, rannte mit ihm zum Fenster, stieß sich vom Boden ab und segelte kopfüber aus dem hinaus. Den bis aufs Äußerste gestressten Faust hielt er immer noch an seiner Hand. Sie schlugen einen unfreiwilligen Salto, und Faust sah, wie Mephisto urplötzlich in einer rubinroten Stichflamme aufging. Ehe er sich versehen konnte, tat er auch schon dasselbe. Dann waren beide verschwunden. Gretchen spazierte die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf und pfiff eine Melodie vor sich her. Sie musste ständig an den jungen Mann denken, der sie heute auf dem Weg nach Hause angesprochen hatte. Sie hätte ihm zu gerne erlaubt, sie nach Hause zu bringen, aber sie durfte den Reizen der Männer nicht nachgeben. Gott sah so etwas überhaupt nicht gern. Wie immer wissen wir das allerdings besser. Sie öffnete die Tür zu ihrem Zimmer und sah knapp vor ihrem Fenster ein Licht aufgehen. Sie lief zum Fenster, um zu sehen, was da passiert war. Aber das Licht war so schnell verschwunden, wie es erschienen war. Wahrscheinlich hatte ihr Verstand ihr einen Streich gespielt. Sie schlenderte zum Bett und zog sich aus. Dann kleidete sie ihr Nachthemd an, welches sehr weit und irrsinnig bequem war, und räumte ihre Kleidung in ihren überdimensionierten Schrank. Dort hielt sie inne. Dieses kleine Kästchen dort war heute Mittag noch nicht da gewesen. Gretchen nahm es in die Hand. Es wog schwer. Dann öffnete sie es und schaute hinein. In dem Kästchen befand sich der schönste Schmuck, den Gretchen in ihrem Leben je gesehen hatte. Die Auswahl reichte von perlenbesetzten Halsketten über goldene Armbänder bis hin zu wundervoll glitzernden Ohrringen. Die schönste Halskette, die sie finden konnte, legte sie sich um den Hals. Sie lächelte und legte sich schlafen. Im Bett liegend, fasste sich mit der Hand an die Kette und schlief schlussendlich ein. Am nächsten Tag saßen Faust und Mephisto auf einer Parkbank und schmolten. Sie schmolten, weil der Plan, Gretchen mit dem Schmuck anzulocken, wohl nicht geklappt hatte. Sie war dem Schmuck sehr wohl verfallen, hatte ihn dummerweise aber nicht von ihrer Mutter versteckt. Laut Mephistos Latest News, wie er sie liebevoll nannte, hatte die Mutter Gretchens in ihren Aberglauben den Pfarrer der Stadt herbeizitiert, um den Schmuck zu inspizieren. Welcher von dem Pfarrer logischerweise als das Werk Satans entlarvt wurde. Deshalb schmolten die beiden. Und wenn wir einfach nochmal versuchen, Schmuck in ihr Zimmer zu schmuggeln? Wunderte sich Faust. Keine Chance. Dann würde der Pfarrer einfach nochmal herwackeln und den Mädels verklickern, dass er von mir kommt. Ach ja? Eine kleine Pause entstand. Dann führte Mephisto das Gespräch weiter. Was wir aber tun könnten. Wir könnten versuchen, die Nachbarin von Gretchen auf unsere Seite zu ziehen. Gretchen liebt diese alte Schachtel. Gute Idee, Mephisto. Es entstand eine weitere Pause. Mephisto, ich hab Hunger. Okay. Wo ist die nächste Frittenbude? Die nächste was? Verdammt! Die gibt's ja noch gar nicht. Tut mir leid. Ich muss mich noch etwas ungewöhnen. Kein Problem. Wie wäre es mit einem Sprung in Auerbachs Keller? Gut. Gehen wir. Die beiden erhoben sich völlig synchron von der Parkbank. Dann hüllte Mephisto Faust wieder einmal in seinen Mantel und die beiden verschwanden. Als die beiden fort waren, wurde die Parkbank von einem gewissen Kutscher umgerissen. Dann wäre es einfach etwas anderes. Untertitelung des ZDF, 2020